Kursexplosion bei Tesla, bei BYD und vielen anderen Elektroautoaktien auch. Haben wir da jetzt eine Blase, die bald platzt oder zeigt uns, dass das eine große Umwälzung bevorsteht, die viele Anleger nur einfach noch nicht verstanden haben? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Große Verwirrung bei den Kommentaren unter meinem letzten Video. Da ist so ein Typ aufgetaucht, der sich Zukunftsmärkte nennt und der hat wirres Zeug gepostet. So in die Richtung, irgendwer sei jetzt ein wichtiger Investor bei Bitcoin und darunter stand dann so eine Zahlenfolge, so eine Nummer. Wahrscheinlich sollen wir uns da melden und dann können wir endlich unser wohlverdientes Erbe abrufen, das auf uns schon wartet in Nigeria. Aufgefallen ist das Ganze einem Zuschauer, der das dann auch gleich bei uns gemeldet hat. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Es ist natürlich eine Fälschung, dieser Account, ein Fake-Account. Ist aber nicht leicht zu erkennen. Darum für die Zukunft. Wenn Sie so einen Kommentar von mir sehen und der kommt Ihnen komisch vor oder vielleicht sogar ein bisschen debil, dann ist er natürlich nicht von mir. Wenn Sie aber den Eindruck haben, klasse Kommentar, sehr kompetent, sehr geistreich, dann ist er von mir. Abgesehen davon, letztes Mal hat unter meinem Video endlich mal jemand ein anderes Video gepostet, das belegt, dass die Erde flach ist. Ich habe auch mal reingeschaut, man hat ja sonst nicht viel zu tun. Absolut großartiges Video, zumindest wenn man davon ausgeht, dass es nicht ernst gemeint ist. Es hat sich auf jeden Fall jemand sehr viel Mühe gemacht. Ich habe mich darum so gefreut, weil ich das Gefühl habe, das Verschwörungspublikum, das ja groß ist auf YouTube, das da auch sehr wichtig ist, das nimmt mich noch nicht so richtig wahr. Ich habe da wenig zu bieten. Der Zukunftsmärkte-Kanal ist relativ verschwörungsarm, wenn man von der einen großen Verschwörung mal absieht. Die eigentliche Verschwörung hier, die natürlich darin besteht, Sie permanent zu indoktrinieren, dahingehend, dass Aktien für Sie gut sind. Aber wie auch immer, Grundprämisse für das Video heute, die Erde ist flach, Bill Gates will uns alle chippen und der faire Wert von Tesla liegt bei 800 Milliarden Dollar. Die ersten zwei Aussagen kann man noch nachvollziehen zur Not, bei Tesla wird es dann aber schon schwierig. Aber trotzdem, Sie wissen es wahrscheinlich, Tesla hat tatsächlich diese Hürde auch jetzt genommen und hat einen Börsenwert mittlerweile von über 800 Millionen Dollar. Warum auch nicht? Das hier ist die Kursentwicklung, der 5-Jahres-Chart in Dollar. Die letzten 5 Jahre, allein die letzten 5 Jahre, ist die Aktie gestiegen um 1800%. Und sogar die, die erst vor genau einem Jahr eingestiegen sind und vor einem Jahr war Tesla auch nicht großartig ein anderes Unternehmen, als es heute ist, auch die liegen mehr als 600% im Plus. Das gleiche bei BYD. Aktie ist jahrelang eher seitwärts gegangen, aber auch hier synchron zu Tesla seit Anfang 2020 ein massiver Anstieg. Performance auf Sicht von einem Jahr in Euro knapp 400%. Und das hier, das setzt dem Ganzen noch die Krone auf. NIO, NIO auch aus China, hier die Aktie in Euro. Anfang 2019 an die Börse gegangen, Kursentwicklung auf Sicht eines Jahres 922%. Sie hätten also ihr Geld in einem Jahr verzehnfacht. Wir haben meinen Kanal kennt, der kennt auch diese Aktien. NIO habe ich Ihnen zum ersten Mal vorgestellt im September 2019. Da waren Sie fast auf Allzeittief. Zu BYD habe ich mein erstes Video gemacht, sogar schon 2018. Außerdem habe ich auch schon vor anderthalb Jahren berichtet über Baidu und Baidu's Technologie zum autonomen Fahren. Wie wichtig die ist in China, lang bevor das jetzt gekommen ist mit Baidu's Einstieg in Elektroautobereich und die Kooperation mit Geely und so weiter. Ich kann also mit gutem Wissen sagen, wenn Sie sich interessieren für Aktien aus dem Sektor oder generell für spannende Aktien, auch aus den Emerging Markets, dann ist Zukunftsmärkte für Sie kein schlechter Kanal, würde ich sagen. Und ich hoffe, Sie unterstützen mich darum auch, indem Sie meinen Kanal abonnieren, dabei dann immer auch die Glocke drücken. Dann werden Sie nämlich auch benachrichtigt, wenn neue Videos da sind und Sie sehen, ob diese Videos von mir dann auch interessant sind für Sie. Je mehr Abonnenten ich habe, desto mehr Sinn macht es für mich natürlich auch in Zukunft solche Videos zu machen. Und damit hätten wir alle was davon. Fangen wir an mit Tesla. Ich habe es schon mal gesagt, Glückwunsch natürlich an all die, die an Tesla immer geglaubt haben. Es gab ja auch schwierige Zeiten. Ich war da immer eher einer von den Skeptikern, aber man kann sagen, Tesla hat ja unglaublich viel erreicht die letzten Jahre, was sich kaum jemand vorstellen konnte, außer vielleicht die waschechten Tesla-Fans. Ich bin aber gerade jetzt vorsichtiger denn je, wenn ich so Sachen höre wie, naja, wer die Tesla-Aktie zu teuer findet, der hat Tesla eben nicht wirklich verstanden. Mag alles sein. Man kann aber umgekehrt genauso auch die Frage stellen, haben die Leute, die sowas sagen, die Bedeutung verstanden von 800 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Wir haben jetzt folgende Ausgangslage oder Bewertungslage im Autosektor. Das ist eine Grafik von Visual Capitalist. Daten sind vom 15. Januar. Tesla hat also einen Börsenwert von 800 Milliarden Dollar, ist damit viermal so viel wert wie Toyota, achtmal so viel wert wie Volkswagen. Das sind die beiden größten Autobauer und ich muss Ihnen nicht sagen, natürlich, dass die beide im Vergleich zu Tesla extrem profitabel sind. Dann Platz 4, Platz 5, da kommen jetzt auch schon unsere neuen Freunde aus China, nämlich BYD und NIO und erst ab Platz 6 kommen dann wieder klassische Autokonzerne, Daimler, General Motors, BMW und so weiter. Und man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Tesla hat am globalen Automarkt immer noch einen Anteil von unter einem Prozent, ist aber an der Börse jetzt mehr wert als Toyota, Volkswagen, Daimler, General Motors, BMW, Stellantis, Honda, Hyundai, Ford, Suzuki, Nissan und Renault zusammen. Das ist nur dann vertretbar, wenn Tesla die nächsten 10 bis 20 Jahre wirklich alle anderen Autobauer komplett an die Wand drückt und da sozusagen die Weltherrschaft übernimmt oder eben die Weltmarktführerschaft. Dafür gibt es Szenarien, manche argumentieren in die Richtung, dass zum Beispiel Tesla ja die komplette Wertschöpfungskette abdeckt, von der Ladesäuleninfrastruktur oder eigentlich sogar schon von der Solarzelle über die Batterie bis hin zum Auto und dass Tesla in allen Bereichen besser ist und noch besser werden wird. Oder aber manche sagen, auch Tesla habe eben beim autonomen Fahren einen sehr großen Vorsprung möglicherweise, könnte dadurch den Markt aufrollen in den nächsten Jahren. Oder auch, es gibt ja sogar die Vision, Tesla stellt uns in den nächsten Jahren allen eine Riesenflotte von selbstfahrenden Robo-Taxis hin und dann hat gar keiner mehr ein eigenes Auto, sondern es gibt nur Millionen und Abermillionen Teslas auf der Straße. Alles schön und gut, aber es wird mir jeder zustimmen, auch jeder Tesla-Fan letztlich. Das muss alles erstmal geschafft werden. Elon Musk mag toll sein, der hat schon vieles geschafft, dann schafft er den Rest auch noch, könnte man sagen. Aber trotzdem, es ist wirklich alles noch Zukunftsmusik und die Konkurrenz ist ja inzwischen auch aufgewacht. Bei BYD ähnlich, Börsenwert 90 Milliarden Dollar, KGV auf dem Gewinn vom letzten Jahr liegt inzwischen bei 130. BYD ist ein hervorragendes Unternehmen, ein leistungsstarkes Unternehmen. Ich verweise da auf mein Video vom 9. November, aber die Bewertung ist eben auch hier schon hoch. BYD hat eine gute Marktposition in China, sowohl bei normalen Autos als auch bei Elektroautos und bei Batterien. BYD hat jetzt aber nicht so viel, was die von anderen Autobauern wirklich stark unterscheidet, außer Spezialitäten wie Elektrobusse und solche Dinge. Letztes Jahr ist es gut gelaufen für BYD, aber der Wettbewerb wird härter, gerade in China. So gut wie jeder chinesische Hersteller, Geely, Great Wall, GAC, die bringen jetzt alle hochwertige Elektroautos raus. Tesla wird immer stärker in China. Dann gibt es die neuen Konkurrenten, NIO, Biden, Xpang, Li Auto. Die letzten beiden haben inzwischen auch schon Marktkapitalisierungen, übrigens im Bereich von 30 Milliarden Dollar. Und dann natürlich die Konzerne aus dem Ausland, also Volkswagen, BMW, Daimler, Nissan, Audi. Die investieren Milliarden in Elektroautomodelle, gerade für den chinesischen Markt und werden auch versuchen, die mit aller Kraft da reinzudrücken. Was für mich heißt, es wird Überkapazitäten geben auf dem Markt in China in den nächsten Jahren. Und gerade auch BYD wird sich warm anziehen müssen. Und damit zum NIO. Hier nochmal der Chart. Aktie steigt immer weiter. Diesen Anstieg, der mich wirklich fassungslos macht mittlerweile. Wir haben jetzt hier ebenfalls einen Börsenwert von 90 Milliarden Dollar. Ist demnach der fünftgrößte Autohersteller der Welt. Nach Börsenwert für mich nicht mehr nachvollziehbar. Ich habe NIO schon oft beschrieben hier. Ich habe Ihnen die NIO Houses gezeigt. Das NIO Lebensgefühl, das man da eben auch verkauft. Ich habe Ihnen Modelle gezeigt, die Batteriewechselstationen auch. Also es gibt schon Dinge, die interessant sind an NIO. Aber sie erlauben mir vielleicht trotzdem in der mir eigenen ignoranten Weise, dass ich NIO jetzt mal vergleiche mit Volkswagen, die ja ungefähr genauso viel wert sind. Beziehungsweise vor anderthalb Wochen war NIO kurzfristig ja sogar mal mehr wert als Volkswagen. NIO hat im Dezember 7.007 Autos verkauft. Hat die Anleger unglaublich begeistert. Ein Riesenwachstum zum Vorjahr um 121%. Aber es waren eben trotzdem nur 7.007 Autos. Der Absatz im Gesamtjahr war 0,4% von dem, was der Volkswagen-Konzern verkauft hat letztes Jahr. Und das aber ungefähr mit einem Verlust von 10.000 Dollar pro Auto. Das ist der Stoff, aus dem Anlegerträume sind, sollte man meinen. Jetzt könnte man natürlich sagen, NIO verkauft aber Elektroautos und ist damit in einer Zukunftsbranche. Das Dumme ist nur, Volkswagen tut das ja auch und hat sogar an Elektroautos letztes Jahr fünfmal mehr verkauft als NIO. Und da steht Volkswagen ja eigentlich gerade erst am Anfang. Und das Investitionsbudget in dem Bereich Elektroautos bei Volkswagen, das liegt für die nächsten fünf Jahre bei 35 Milliarden Euro. Also warum finden alle NIO so viel besser gerade? Weil sie jetzt schon vier Tage in Folge keine Kapitalerhöhung gemacht haben? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise, vielleicht weiß ich es ja doch oder ich vermute es, wir sind eben leider einfach in einem Hype gerade. Jeder will die nächste Tesla kaufen, Bewertungen spielen keine Rolle mehr und auch die Analysten resignieren. Einer nach dem anderen stuft die Aktie jetzt doch hoch, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssen. Aber es traut sich eben niemand in so einer Phase sich dagegen den Markt zu stellen. Was Tesla jetzt betrifft, ich sage dazu schon gar nichts mehr. Die sollen sich verdoppeln meinetwegen, die sollen sich verdreifachen, ist mir egal. Vielleicht kommt es ja wirklich so und Tesla rollt den Auto mal komplett auf. Aber wenn es so kommt, dann ist eins auch klar. Dann ist kein Platz mehr für nochmal fünf Teslas. Ich kann mir schon vorstellen, dass von den Elektroautobauern, die da gerade so gehypt werden, dass ein paar von denen ganz normale, mittelgroße Autobauer werden, vielleicht auch solide eines Tages und mit halbwegs guten Margen. Aber das, was viele glauben, dass wir heute die nächste Tesla haben und morgen die übernächste und übermorgen die überübernächste und dass die dann alle jetzt schon so viel wert sein dürfen wie die ganz normalen klassischen Autokonzerne, das wird nicht funktionieren. Und dass es trotz, dass trotzdem jeder so tut, als würde das funktionieren, das ist das, was auch am Gesamtmarkt, finde ich, so bedenklich ist momentan zur Zeit. Also nicht die Rekordstände jetzt bei den großen Indizes, das macht mir nicht so viele Sorgen, aber dieser absolute Hype für bestimmte Sektoren, wie zum Beispiel die E-Mobilität, wo man absolut euphorisch ist inzwischen und absolut kritiklos. Das ist bedenklich, das erinnert an Zeiten, in denen es auch schon so war, 1999 zum Beispiel. Und wir wissen, das ist nicht gut ausgegangen. Wie gesagt, wo Tesla in zwei Jahren steht, keine Ahnung. Bei BYD würde ich sagen, gutes Unternehmen, aber auch zu viel Euphorie momentan. Und bei NIO, da würde ich aber wirklich sagen, die sind nicht im Ansatz so viel wert, wie sie heute bewertet werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die in ein, zwei Jahren noch da stehen, wo sie heute stehen, die Aktie. Und selbst wenn sich die Aktie jetzt dritteln würde in nächster Zeit, dann wäre sie ja immer noch so viel wert wie Ford Motor. Und auch das ist ja schon einiges. Interessanter ist möglicherweise noch der Batteriesektor. Da ist jetzt noch nicht überall so viel Euphorie drin. Und aus dem Batteriesektor schauen wir uns ein paar Aktien an, demnächst in unserem nächsten Zukunfts-Märkte-Report. Ganz genau, es gibt wieder was umsonst für Sie. Die Zukunfts-Märkte-Reports von uns, die sind gratis. Sie müssen sich nur einmal eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Dann kriegen Sie immer auch unsere Analysen. Und in der nächsten Ausgabe eben ein Update zu den Elektro-Auto-Akku-Herstellern. Irgendwer muss diese Akkus dann ja auch liefern in den nächsten Jahren, wenn es bei den Autoherstellern überall so toll aussieht. Nutzen Sie die Möglichkeit, tragen Sie sich ein. Der Link für die Zukunfts-Märkte-Reports ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und Sie wissen ja, Aktien sind gut für Sie. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.